Jetzt machen wir den Major. Einmal blündern, genau. Wir tun einmal für alle Fälle mal aufrüsten. Definitiv, definitiv, weil wer weiß wie hart die Gegner wirklich dann sein werden, also besser, besser wär's, definitiv besser wär's. Einmal, zack, perfekt, dann haben wir mal unsere drei nice'n, ausgewählte Waffen. Wir, Brumenge, Hinde, da haben wir da jetzt irgendeine nice, hier ist eine AK oder so, wenn natürlich nicht schlecht oder sowas, oder, oh, die schütte ich hier aus, die schütte ich hier aus, die schütte ich hier aus, ja, einfach mal ein bisschen Geld. Ähm, Gegenstände, Beute verkaufen zum Beispiel, boah, haben wir irgendwie nicht gewusst am Stand, aber okay, wir machen ein bisschen Gegenstände, ja, definitiv, definitiv, definitiv. Oh, okay. Passt. Pass bloß auf! Ja doch, kann ich mir so gerne nehmen, also wenn ich sogar fahren darf. Die Kellerts waren gute Menschen. Es ist wirklich eine Schande, was ihnen zugestoßen ist. Aber Gottes Wege sind unergründlich, und dank dir wird man bei Edensgate jetzt nicht mehr unser gestohlenes Essen auf den Tisch kriegen, und wir können unsere Leute endlich wieder mit frischen Mahlzeiten versorgen. Ah, scheiße! Vor, vor! Wie kann man nur so scheiße hängen bleiben? Na gut, zerstört das Eigentum, das Sektum, Widerstandspunkte, ach so. Ja, das machen wir eh so gehen. Wir lassen jedenfalls wieder mal was in die Luft, ja. Okay, Hallöchen. Ha, yes! Nein! Ah, zum Glück. Boah, zum Glück wurde es kein See, oder sonst ging das schon wieder mal. Aber, ja, das war ja, da musst du eigentlich durchverkehren, das ist ja Wahnsinn. Sollt ihr eigentlich langsam oder schnell fahren? Ich bin mir da nicht jetzt ganz so sicher, oder ob wir sie jetzt einmal nur treffen. Also mit unseren Freunden, ob die wirklich nicht... Oh, shit. Hallo! Ähm, tja. Ich würde was sagen. Die sind definitiv da. Ich würde sagen, sammle ich eh nicht zu spät zur Kirche? Also... Ist schon eine? Oder auch die? Ah, kleine Fresse! Hey, Dickie! Mann! Okay, das hätte, hätte es da aber auch erwarten können, dass du keine... kriegst du sonst irgendwas passiert. Oh! 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 Ich will nicht länger verbergen. Sein wahre sich. Erließ, sich über den Boden damit es alle sehen. Ah! autant mehr wenn alle es sehen! Mhm! Interessant! Perfekt. wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, bringen wir den Berg zum Propheten. Fangen wir an! Hey! Beginnt jetzt unsere Tafel. Unsere erste Tafel. Mal wieder. Oh, Hauptsache kommt ein bisschen was in die Fresse kriegt und so. Egal. Ich dachte, ein bekanntes Gesicht macht dir die Entschönung leichter. Liebe Gläubige. Wir sind hier versammelt, uns zu bescheiden. Das ist schon fach heiß. Du elender Schwein! Versuchen wir es nochmal. Wofür wir es nochmal? Genau. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Liebe Gläubige. Wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Wie die willigen Buße für ihre Sünden tun. Wie die willigen Buße für ihre Sünden tun. Legst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph. Legst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph. Fick dich! Ah, geil. Ich glaube, so ist es... Ah, die Birkel. Du musst es nochmal noch schauen, ob das nochmal im Birkel drinsteht. Fick dich. Hm. Tja, jetzt muss ich nicht mehr duschen, geh. Ähm, okay? Okay? Achter, Scheiße! Achter, Scheiße! Was hat denn... Was hat denn... Oh mein Gott! Was hat er gesagt? Was hat er gesagt, Alter? Ah, Fuck! Ah, Shit! Ah! Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Darf ich entscheiden? Sag ja... Nein... Es ist nur ein Wort. Es steht sogar auf den Bergen oben! Yes! Okay, ja, wir zeigen was, okay. Oh. Ich krieg ja eine aufs Maul. Ich hab nix drauf drauf... Okay, okay... Ach du Scheiße, Fuck! Ha, ha, mein Ergang! Bist du, Deputy, hat sich ja auf den Zuwander! Ich krieg ja auch die Waffen, weil sie er hat. Das wäre mein Lieber gewesen. Ha, ich krieg ja immer ein, also, Bate! Oh, wieso alle so auf Rainbow-Monger waren? Ich krieg ja immer in die Fresse! So, das kommt nicht mir gar vor! Ähm... Ich hab mir jetzt schon gedacht, ob das ist ein Gegner! Da wird plötzlich Gründer anzeigt, oder was wollt ihr? Was wollt ihr, was wollt ihr? So, was wollt ihr? Das ist doch... Ai, 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 ai... der erste Flügel und bei Doma war da ist also einfach nur mal die Kirche sichern alles klar Neuer darf alle Fälle alle diesmal beenden muss aber ordentlich Fortana oder Fortana jetzt so weit wird dann muss jetzt weißt du da ja okay du vorstenschein okay passt ich wollte schon ganzen Tag auf die du schreist wie vor mir vor mir vor der Worte die ganze Zeit also ansehen wusste sie noch bippig gehen und so ist oder fett scheißen aber ansehen das darf nicht sein um ja das war es einmal mit uns das war es mit uns einfach so durchspray egal ob man wem treffen oder nicht bis zu dir wie gesichert ist überhaupt in die richtige Richtung fährst AHA da haben aber kommt einzig hinter uns alles klar wo haben wir denn genau auch bis zu wissen okay der ist schon weg 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 wahl er dort ist wird nicht abruft Wort nur Wort nur Wort da ich halte mich lieber mal nach hinten genau da wo die ganzen sind hat perfekt meyer ja ja ich schei in die schei in gut juli da ha ha ich scho gefickt ist scho gefickt und ob man der übertreffen ist ein Wahnsinn ja ja ich tue ich schon Dauerfeuer ich tue ich schon Dauerfeuer aber ob der irgendeiner mal krepiert oder ja genau schön normalerweise passiert immer Puff ja ich glaube auch verpisst dir mal Wahnsinn mit besser nimmer herkommen wo ist ein Tüterchen wie denn nun mit der Hütte ja ich merks Gott Endspark MoFo Hahahaha yes da fehlen nur noch viel durch die ganze Version für das Tier die ganzen Dagens und so geil Eureklar also er hat eine Luft Nein, oder? Der wird eh nix mehr machen, passt. Voll. Der Hauptschick kann auch mal herkommen, wenn er zählt hört. Ist auch ein anderer Stützpunkt. Ich tue da einfach durchspringen. Oh! Ah, ich geh da lieber auch mal weg, zeig, zeig. Oh, fuck. Ähm, ja, bitte nicht sterben. Zeig. Ja, ich bin eigentlich eh schon längst beflugt. Ich zeig aber, der will nicht. Einen dritten Dankeschön.